Wir alle haben schon mal etwas von Verschwörungstheorien gehört. Mal will uns die Regierung mit Chemtrails vergiften, mal ist die Erde eine Scheibe oder mal stehen in Wirklichkeit Reptiloide an der Spitze der Politik. Ich weiß, dass du einer bist. Jedem normal denkenden Menschen sollte klar sein, dass das alles nur heiße Luft ist. Trotzdem gibt es tatsächlich Leute, die an so einen Unsinn glauben. Um mich, was deren Kreativität angeht, belustigen zu lassen, habe ich mir mal die Liste aller Verschwörungstheorien auf Wikipedia angesehen. Alle möglichen Tode von Prominenten wie Elvis Presley oder Tupac werden angezweifelt. In einem Fall wird sogar behauptet, eine lebende Person sei schon längst gestorben. Diese Theorie will ich euch nicht vorenthalten. Laut dieser Verschwörungstheorie ist Paul McCartney von den Beatles bereits im Jahre 1966 gestorben. Wie das sein kann, fragt ihr euch, wenn er heute doch eigentlich noch am Leben sein sollte? Es lief wohl in etwa so ab. Leute, es ist etwas ganz Schlimmes passiert. Als Morrowind Go, keiner kann nicht leiden. Leute, Paul hat heute Morgen einen Autounfall und ist gestorben. Hm, das ist jetzt ziemlich scheiße. Wo kriegen wir jetzt einen neuen Sänger her? Wir müssen erstmal analysieren, was passiert ist und um ihn trauern. Ja, das sollten wir wohl tun. Oder? Komm rein. So, du willst also unser neuer Paul McCartney werden? Dann fang mal an. Lied E-B Stopp, raus, aufhören. Lied E-B Security Lied E-B Hm, ich fand's eigentlich ganz gut. Komm rein. Wow, der ist gut. Ja, ziemlich Ähnlichkeit mit Paul. Als Morrowind Go, keiner kann nicht leiden. Dreimal ja, du bist im Recall. Äh, in der Band. Sorry Leute, wir haben unseren Paul gefunden. Oh, Mann. Scheiße. So stelle ich mir das in etwa vor. Aber ganz realistisch gesehen wäre es wohl etwa so abgelaufen, wenn Paul McCartney wirklich an einem Autounfall gestorben wäre. Es tut mir so leid für dich. Du warst mein bester und einziger Freund in dieser Welt. Als Morrowind Go, keiner kann nicht leiden. Ja, das scheint mir dann doch schon realistischer zu sein. Auf jeden Fall haben die Beatles seitdem angeblich auf Album-Covers und in Songs versteckte Botschaften eingebaut, die seinen Tod zeigen. Ein Beispiel ist das Cover von Yellow Submarine. Die drei Finger, die John Lennon hier über Pauls Kopf hält, sollen wohl für die drei übrig gebliebenen Bandmitglieder oder das Zeichen des Teufels stehen. Da konnten sich die Theoretiker wohl bei so viel Interpretationsspielraum auch nicht einigen. Das Umbud soll den vergrabenen Sarg darstellen und auf Wingos Krawatte ist wohl ein Kreuz abgebildet. Also, ich weiß ja nicht wie es euch geht, aber ich sehe in dem Cover etwas ganz anderes. Mit dem Handzeichen spalten sich John, George und Paul von Ringo ab. Dieser sucht noch verzweifelt den Blick zu ihnen, was nutzlos ist, da sie mit dem Handzeichen ihre eigene Gang gegründet haben. Von außerhalb zeigen alle auf Ringo, um ihn auszulachen, da ihn keiner leiden kann. Hier wird also nicht Pauls Tod, sondern Wingos Isolation gezeigt. Ihr könnt ja mal eure Interpretation in die Kommentare schreiben. Außerdem haben sich Verfechter der Theorie in Songs beliebige Sequenzen rausgesucht, diese rückwärts abgespielt und dann darin einen Sinn gesucht. Beispielsweise endet der Song I'm the Various mit den Worten, sit down for a rescue. Ihr werdet es nicht glauben, aber rückwärts gespielt hört man angeblich, ha ha, Paul is dead. Um darauf zu kommen, braucht man meiner Meinung nach ganz schön viel Fantasie. Übrigens entstand die Theorie, weil eine Zeitung Pauls Tod in einem Scherzartikel behauptet hat. Und daran glauben ernsthaft noch Leute. Zum Schluss will ich mich noch bei den Ringo-Fans entschuldigen. Äh, welche Ringo-Fans? Zum Schluss.